. Hallo, Master Jam! Hallo, Micha! Wir sind Dennis und Benni aus dem ... Worldwide Wohnzimmer. Und wir freuen uns dabei zu sein bei deinem Witze-Adventskalender. Wir fangen direkt mit einem richtigen Knaller an. Apple Watch war lustig. Fragt Fritzchen seine Mutter. Mama, was ist impotent? Sagt die Mutter. Das ist in etwa so, als würdest du mit gekochten Spaghetti Mikado spielen. Fritzchen. Du bist ein richtiges Ferkel, Fritzchen, schimpft die Mutter. Du weißt doch, was ein Ferkel ist. Klar, meint Fritzchen, das Kind von einer Sau. Es darf gelacht werden. Sagt der Lehrer in der Schule. Na, Kinder, wer kann mir die drei Eisheiligen nennen? Meldet sich Fritzchen, Langnese, Schiller und Möwenpick. Waaah! Fritzchen wird für den Kindergarten angemeldet, Sagt die Betreuerin, weißt du denn schon, welche Zahl nach der drei kommt? Fritzchen. Die vier. Die Betreuerin. Und welche kommt nach der sechs? Fritzchen. Die sieben. Die Betreuerin. Das ist aber ein Ding. Und welche Zahl kommt nach der zehn? Fritzchen. Bube. Was für echte Skat-Fans. Super. Wissen was von Marmelade, Oma? Kommst du mit ins Hallenbad? Wird Fritzchen von einer Freundin gefragt. Sagt er. Geht nicht, ich hab Hausverbot, weil ich ins Becken gepinkelt hab. Sie? Aber das machen doch alle. Er? Ja, aber nicht vom Zehn-Meter-Brett. Fragt Fritzchen seinen Vater. Papa, wie kann es sein, dass Gott die Erde in sieben Tagen erschaffen hat? Nun ja, mein Sohn. Er ist eben nicht auf Beamte und Handwerker angewiesen. Hahaha, ja, das ist die Schlechte. Micha, du warst ja selber mal Handwerker, oder? Ja, deswegen find ich's ja so lustig, ich war total scheiße. Fragt die Nonne in der Klosterschule. Es hüpft von Ast zu Ast, sammelt Nüsse und hat einen buschigen Schwanz. Was ist das? Fritzchen. Ich hätte jetzt Eichhörnchen gesagt, aber so wie ich den Laden hier kenne, ist das bestimmt wie der Jesus. Fritzchen geht auf dem Markt umher. Er hört einen Marktschreier. Heiße Würstchen, heiße Würstchen. Sofort rennt Fritzchen zu ihm. Angenehm, heiße Fritzchen. Witz aus dem Darknet, ne? Fritzchen geht zur Kneipe. Nee, Krippe. Fritzchen geht zur Krippe. Nimmt das Jesuskind aus dem Stroh und sagt zu ihm ... So, und wenn ich morgen an Heiligabend keine PlayStation bekomme, siehst du deine Eltern nie wieder. Ja, heute ist der 23. Dezember, morgen ist Weihnachten. Heute ist der vierte Advent. Ich bin gespannt, was euch da morgen erwartet. Lustiger kann's ja nicht mehr werden. Nein. Seid weiterhin gespannt. Gebt einen schönen Daumen nach oben. Dann gibt's ein paar Peitschenhiebe. Abonniert Master Jam. Abonniert alle Scheißkanäle. Und abonniert uns natürlich. Abonniert Chan von Applewar und Master Jam. Frohe Weihnachten schon mal im Voraus von uns. Wir hoffen, ihr wart brav. Und wir trinken jetzt einen tiefen Schluck Schnaps. Ooooooooooo... Alles weil wir Freunde sind. Frohe Weihnachten, Merry Christmas! Feiert Chanukka! ARD Text im Auftrag von Funk